Wir sind ja auch fast Bronx 3. Ja, musst du wissen. Ich würde sehen schon, dass wir eine Match machen, dann... Ah, okay. Ja, mehr würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Also eine Match, oder? Match gefunden! Ach nee, Heaven. Oh. Das mag ich nicht so unbedingt. Hello. Hello. Bruh. Diese Stimme. Ja, wir haben... Ja, wir haben vier Dueles. Cool. Entschuldig. Ja. Der einzige Unterschied ist, dass die halt Silver haben und wir haben Juro. Wir sind gerade in der Full-Pronze 1. Oha, wirklich? Ja. Lol. Konzentration hier. Wir zwei, Bronze-2, Gegner-Team, auch alle Bronze-1 bis auf Renner und so. Was sind die? Auch Bronze-1. Alle Bronze-1 außer Gegner-Shit. Und Renner und wir beide. Und Bronze-2. Ah, lol. Er bringt mir den Spike. Ich hab da keinen Bock drauf. Hier. Zeit für einen Spock. Ach, shit. Was ist denn oben, Helden? Die hocken da oben. Ach. Ach, 26. Was ist das für ein Rotze? Mann. Junge, Junge, du bist doch hinter uns. Oh. 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 Das kannst du nicht. Oh. Ich weiß nicht, was der Euro gemacht hat. Weil, ja. Ja, unsere Serge ist auch noch reingerahnt und gestorben. Natürlich. Das kickt schulde anders rein. Das wäre... Weh, wir verlieren das. Das wäre peinlich. ... Zeit für einen Spock. criter. Es war ein Hit. Ob er dies ok? So, komm mal. Pufti? Du hast doch keine... Rustes. Roll. Ich muss ja nicht aufmachen. 1HP ist es. Was macht hier ein Basti? Leck mich im Arsch. Mit 3HP kann ich nicht mehr viel ausrichten. Ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen soll. Wo ist der Stämmchen? Ah, neben mir. Nein, 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 nein. Warte schon. Aaaaaah. Verdammt. Jo, spiel doch Zeit. Und, das war's. Oh my god. Aber tot. Alter. Leck mich an der Pfanne. Junge. Die Chat. Ich glaub, die Gegner aus dem Chat wird aber auch schon nicht alle Gegner carried. Maybe. Ja, die Chat aus dem Gegner-Team carried. Gut. Mann. So würde ich mich alle vor mich stellen. Eine ist tot. Oh Gott. Race hat 78 auf Kopf. Doch, klein. Ich habe mich nie gesehen. Autsch. Die Chat. Die Chat. Die Chat. Die Chat. Schafft ihr das noch? Nope. Nein. Shot em. Bei den extra Credits. Basti. Mach full shit. Basti. Kauf big shit. Was kommt denn kurz? Was kommt denn kurz? Was? Sie, trappist dich doch. Basti, komm mit. Wunsch doch. Shit. Shit. Wunsch. 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 Ja, gilt nicht. Okay, macht mal Pause, Leute. Jetzt hab ich der Jet 120. Was machst du? Warum spielt Seiji überhaupt? Keine Ahnung. Also man kann es machen, aber muss man auch treffen. No race game of war. Okay, cool. Dann chill ich immer wieder, ey. Junge, die Jet Geo ist halt voll, wirklich. Das ist wenigstens noch relativ aufgetan. Junge, 1, 2, 3, 4, 7. Schieß doch nicht. Dann legen wir mal los. Man, kapest dich, jo. Moment, mach dich. Zeit für einen Sprung. Links. Mann. Ich hab den Spike. Geh rein hinter dir. Nice. Geh mit, geh mit uns. Geh mit uns. Basti, schießt euch. Nicht bewegen. Schade. Öl. 5-5. Ich die noch gekillt hätte, 6-5. Schade. Tut mir leid, falls ich alle alleine töte. Ich teile nur ungern. Meine Güte. Ah. Kommst du dir selber. Da ist eine einzige Sache. Ah. Es passt hier. Sieht aus, als ob Juro, ne, die Rhyna ist ja von uns. Nice. Okay, nice race. Der Juro ist auch stark. Nein, ich geh links in die Ecke. Ja, damit er aus Tevin dich, wenn jemand Tevin kommt, sich nicht an der Hevin abschicken kann. Aim Short Busty, aim links links bleibt, aber nicht eben, einfach so, dann wird er wahrscheinlich nicht, maybe jetzt hin. Was hier, piek, piek langsam. Nice, geh weg. Okay, jetzt haben sie überlebt. Mein Zeug hat noch nicht fehlgezündet. Können wir das feiern? Aufentspannt, die Runde geholt. Hm... 4, 3. Ich hätte 15 Fün. Kleiner Striche. Ich hab einfach schon mein zweites Mal meine U... Ich hab's erst. Sie werden sich feiern. Ah, ich hab's auch schon einmal used, was ist. Achhi. Oh, liebling. Oh, die sind gefühlt. Ein Gegner übrig. Crazy. Easy. Hey. Junge. Das war clean gespielt von mir. Das war so clean gespielt. Wraith, can I have this back? Jung, jam, hallo, guten Tag. Ja. Also mit Ult kann man Ults einspielen. Ja. Ich kann halt einfach jedes Mal, mit dem ich jemanden gefühlt hätte, einfach mich in meine Listensform setzen. Ja, er gibt nämlich mit Hedgehammer. Das passt. Wieder so ne Runde, die verlieren wir. Maybe rotieren. Oder? Nein, nein, nein. Von hinten. Warum bist du leiser als In-Game Sound? Kann eigentlich gar nicht sein. Das muss irgendwie, da muss der Fehler irgendwie bei dir liegen. Kann ich nichts machen. Das ist aber so. Wie schon gesagt, da muss der Fehler bei dir liegen. Kann ich nichts machen. Wie lecker'n da, wenn ich bei ihm liegt, wenn... Wie lecker'n da, wenn ich bei ihm liegt, wenn... 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 Bei ihm dein... Wenn du leiser bei ihm bist, als dein... Als das Game bei dir, dann gibt's aber halt nicht hier und nicht einer ihm. Aber... Ne, ich kann die Mikro-Vorlempfindlichkeit nicht noch in der Autor stellen. Ja, ich kann die Mikro-Vorlempfindlichkeit nicht noch in der Autor stellen. Keine Entkommen! Empfindlichkeit hat ja nichts mit dem... Mit der Lautstärke zu tun. Ja, what the fuck? Ja, what the fuck? Bleibt an der Stelle. Ich weiß, was getan werden muss. Wir... Wir gehen nicht umsonst die ganze Zeit. Weil... Ja, da wir einfach besser sind. Wichtig ist... Wichtig ist... ... ... Ich hab gleich gepinged... ... ... ... ... ... ... ... ... Rays stehe ich dir nicht vor. Geht doch. Was? Bleib mal hinter uns bitte. Durch. Jo, verzichte ich. Ja, es gibt nichts. Ich hasse. So viel dazu. Ey, 20-7. Gut. Ja, es ist gut. Können wir noch weiter gehen, neben B oder A? Holy fuck! Alter, halt dein Maul. Junge ist der Typ und noch stetig. Leckt mich am Arsch. Mach du dich ein bisschen Beute? Dann sag ich hier ein bisschen Beute. Drop mi, Jett. Jo, Jett. Jett. Drop Appelator. Ich brauch ein Beute. Ich brauch ein Beute. Jett, kauf ihm Jett, Basti, kauf ihm. Jett! Kann mir das jemand kaufen? Mit dem Maul sitzt es. Ziemlich, dass mein Mikro wieder verpackt ist, wahrscheinlich. Er hat schädig. Lauf seiner Knallkopf! Ah, was ist der Scheiße! Kopfschuss! Hundertachtschuss! So war One-Shot. Was macht er? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Drei. Geh doch, geh doch einen Spike holen. Geh doch, geh! Da hin, Bro, da hin, da hin. Noch 10 Sekunden. Ja, das ist ja gut. Ja, das ist doch auch cool. Ich habe den Tag gerettet. Portal geschlossen. Aber auch nur knapp. Ja, du kriegst, dass er dort die ganze Zeit stehen geblieben ist. Ja, frei auf Schnauze halt. Jogo Köonent protestiert. Nein, Nein... Äh... So war man... Na! Du, geh doch bitte auf, zieh. Du, geh doch. Dann geh ich halt. Ich muss vier. Ich geh jetzt mal Garage. Ja, mach das. Ich bin auch cool. Viele Gegner bei A. Viele Gegner bei A. Viele Gegner bei A. Grace ist tot. Ein Gegner übrig. Spike in A. Spike ist bei A. Basti, bleib oben. Spike ist hier bei mir. Basti, guck auf Spike, guck auf den Spike. Wird ja nicht zu offen. Noch 30 Sekunden. Letzter lebender Verbündeter. Boah, bei mir oben. Chillig. Mal wieder. Wankt nicht. Wir sind Laren. Wir sind Kämpfer. Den hab ich nicht getötet. Den So- Tja. Ich carry uns die Chat, carry die. Es ist nur die Frage, wer gewinnen wird. Ja. Ja. Pass auf. Fack mir gar nicht gehen. Basti, racist garage. Nein. Basti, warum geh ich nicht unten rein? Nicht wieder aufstehen. Hätt sie auch unten rein gehen können. Natürlich. Spike platziert. Ja. Meinst du? Geh doch einfach. Geh doch. Ihr müsst defusen. Und jetzt. Wahnsinn. Wieso? Ey, ihr könntest schon dann defusen. Letzter lebender Verbündeter. Boah, Alter. Was war denn das jetzt? Hab ich kein Geld mehr. Scheiß. Kau ich kleine Shirt. Ich brauche Beute. Krieg ich ein bisschen Beute? Mach Sparen. Ich brauche Beute. Erkauf sie dir. Sieben, sieben. Obwohl die Chat viel besser sei. Aber irgendwann kommt auch hier auf die große Kiste. Ohne die... Ohne Hilfe. Ah, maybe. Ah, die hier. Ok. Renn rüber. Ach, Sage. Geh doch hin. Lachen. Wieder überall. Ich sehe kaum dass die Sage gleich sterben. Ah ihn. Was, die sind bei ihm. Ach. Chillig. Jetzt bringt mir das auch nichts mehr. Keine Bange, ihr gewöhnt euch dazu. Lade nach! Punkt euch doch mal an, Mates. Du, ich kann nicht euch die ganze Zeit carryen. Müsst auch mal Kills machen. Mach schon die ganze Zeit. Ja, aber die Mates, die... Oh, ich war fast oben. Die Sacken rein. Du kommst da auch halt hier ganz oben hin. Ohne Chat oder sowas. Zum Beispiel. Ja. Fühl ich anders. Was? Riesen einer ist auf... Bei mir. Ja, passiert. 104er. Chat. Was soll ich machen? Was macht die Ray? Alter, was für ein Scheiß. Es steht niemand hier. Die sind alle On-Spot. Und tot. Ui. Die Junge. Es ist so peinlich. Diese Amateure sollten sich in Acht nehmen. Dreh'n. 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 Mann. Sowas ist doch immer chillig, alter. Dreh'n. Warum bekommen wir jetzt letztes Mädchen... ...zu Lobby... ...Jet... ...doppel zu viele Kürzeiht wie... ...der Zweite... ...die in ihrem Team? Warum? Och. Und Eis eigentlich komplett sinnlos. Hochschild. Junge, was macht die Raze? Scheiße, Baum. Wieder B. NC. Was machst du denn? Guck der nicht wo hat das hin? 2 in C. Wenn du schon da mit bist. 2 in C. Huss. Bester Leben der Verbündeter. Ah cool. Die sind so scheiß. Ah, das war's. Ah, ich bekomme eh nicht zum Glück. So viel Minus wäre ich wie der Beste. Ah tschüss. Wenn du schon... ...Ecken gucken willst, musst du auch ordentlich... ...nicht nur halb. ...die sie unter ihren Vergehen begaben. Ich brauche Beute. Kauf dir selber was. Ich weiß. Ich brauche Beute. Alter, wie geil so scheiße sein. Alter, wie geil so scheiße sein. Wie geil so scheiße sein. Aber wie geil so scheiße sein. Zeig für eine neue Taktik. Hör mal auf rumzuschießen. Cool. Ich bin auf full A, Bastille. Trittig. Komme. Bin schon unterwegs. Ich hab halt nur ne Pistol. Ah, schädig. Ich lieb's. Spike in A. Nicht. Kannst du doch nicht machen. Ich mach ihn. Deswegen hab ich grad aufgehend getrunken. Sie sind schon umdurbeln. Du bist da aufgetaucht. Ja, mir fehlen 50 Credits. Fünf... Ich brauche Beute. Scheiße. Was für'n Scheiß. Ich fuck das ab. Was, die Gamer Garage. Ich mach ihn schon. Ey, 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 ey. Oh, Mann. Racer, dann musst du auch schießen. Ohne Wenz. Was? 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 Ich kann nichts machen. Ich hab keine Idee. Los, die Gamer Garage. Letzter Leben der Verbündeter. Ich hasse es! Ne, ich... Ja, sie kann schneller ziehen als ich schießen kann. und ich hasse dieses Spiel an der Scheiße das ist halt so lächerlich die Bronzelszeug kommen in einem fullen Bronzelob und die Sage, äh, der Jet ist gefühlt gefühlt eigentlich Silber 1 oder sowas und dann kriegt man so ne Scheiße und ich muss halt jetzt am Team wir sind A und jetzt hab ich Ping 200 alle tot nein, noch nicht so gut wie gar jetzt es ist vorbei pass ich geh einfach rein aber wenn du jetzt alle Türen nutzt wirst du es nicht schaffen es ist so lächerlich 14 14 18 what the hell warum ich werde dann zum fett absteigen minus bei mir lebt die ganze Zeit nur cool oder es oder wir haben kein Minus gemacht hä, bei mir steht gar kein Minus dran bei mir auch nicht hä hä hängt das vielleicht oder irre ich mich oder es war irgendein hacker cheater im game und deswegen zählt das nicht es kann sein aber ja, wär schön mal ich mach jetzt noch eins zu mit nein, jetzt nein, nein warte es ist wirklich noch ein Solo-Match ja, ich hab dich aus... äh, ne mal wieder vorhanden was hast du? äh, ne mal vorhanden was hast du? anfangen wieder an, ich hab dich ausfangen gelöscht warte ich will dich nicht nicht empfang löschen Junge bist du versandt, du dir immer psst ah doch, jetzt minus 17 wirklich? oder? warte ist das? ja, ich hab minus 17 gemacht ah doch, jetzt ist... oh ich hab grad noch 7, oh ich mach noch Super-Match ich mach noch Super-Match, scheiß drauf chillig sollte ich jetzt grad gucken äh, wartet Icebox hallo warte mal kurz was das sind jetzt meine Aufgaben hallo play Runden purchase Items kill enemies ok, das ging nicht 150 Runden spielen dessen spielt ungefähr 20 Runden play Runden purchase Items kill enemies ok, das ging nicht also brauchst du spielen dessen hallo spielt ungefähr 20 Runden äh also braucht sich durch 20 und hallo 24 20 Runden für einen etwa 17 7 ok, 7 die Menschen brauchst du hallo 24 20 Runden für einen etwa 17 7 ok, 7 die Menschen brauchst du hallo 25 ok, 7 die Menschen brauchst du hallo hey, what the fuck warum hat's bei mir so... also irgendwie ist das Sound heute verpackt ich könnte es auch noch ein bisschen höher stellen dann hört man mich vielleicht ein bisschen lauter dann hört man mich vielleicht ein bisschen lauter also ich glaube eher dass es an Dings liegt an OBS Studio dass den Sound nicht richtig überträgt gerade ich weiß auch nicht ja genau und jetzt sind die Match Silber 3 und Silber 3 ja leute ich kann da nichts machen das ist das ist einfach grad so dass irgendwie der Sound grad verpackt wie jetzt mein Team alle Bronze 2 bis auf Toy die Silber 3 Sage Bronze 3 Gegner Team Sage Silber 3 bis ähm Dings Rays Bronze äh Iron Free und dann 3.3 ich glaube ich hätte so vielleicht ja ja mann du Bastard und warum wo geht die Rays hin ok ich habe keinen Bock mehr auf das Match ah ich habe keinen Bock mehr ja Jeremy ist mega angepisst Leute wir spielen zusammen wir bekommen wir sind einfach full rank höher als der Durchschnitt im dem Rest des Matches ich hasse es und die Typen haben keinen Aim Abfuckslebes ja aber eigentlich ist es laut genug Leute normalerweise ich werde ich werde all die vier jetzt wieder Jeremy hört mich normalerweise auch ganz normal im Stream lacht 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 war also ich denke der gute boy der wird da irgendwie keine ahnung irgendwelche probleme haben oder so also es von schott also an mir liegt es nicht leute ich mache jetzt noch just chatting mehr mache ich heute noch mal ich sehe ich das jetzt full aufdrehe passiert nichts es gibt immer weniger sound ein junge ich habe in der zweiten da habe ich ach die lautstärke vom mikrofon kann man sogar noch verstellen leute ja man solltest das nicht können ja mehr aber mehr als 100 geht auch nicht dann geht es halt auf den hohen fast auf den ja geht schon auf den gelben balken drauf mehr kann ich da auch nicht verändern ich kann die lautstärke jetzt mal so lassen leute aber falls es zu laut wird dann stelle ich das wieder für euch um ich habe nur gedacht ja lautsprecher 80 mikrofon 100 ein bisschen übertrieben eigentlich aber wenn der typ sagt dass es so ist dann ok dann lassen wir das jetzt erstmal so ich meine lauter stellen wir jetzt nicht so gut ich stelle jetzt mal so ein gucken ob man mich jetzt noch lauter hört oder wie ist das ich habe immer so gezockt leute also ich weiß nicht was ihr da guck doch mal einer helfen stehst du auch nicht aber ich habe immer so gezockt leute also ich weiß nicht was ihr da alles mit fängt schon gut an wirklich wie schon gesagt leute es kann halt auch sein irgendwie das sound einfach rumpackt gerade ich habe keine ahnung das ist manchmal so ich kann mir das zum beispiel in einem meiner streams angucken mal wenn ich einen finde ah hier ist zum beispiel einer alle hinter uns das ist leute 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 ich bin 4 1 ich treffe nichts ja Jay ist unser 1 teammate wird nichts so weil ich ihm Jayd wegmeinte ah warum geht er nicht weg oh wie läuft jemand anderen aus ja Jayd 140 wie das was ist das nein schaffe ich nicht ja schande alle Gegner gehts aber die Battle ist halt besser aber auf Range ich warte ja vergiss dich doch 8 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 15 15 Es ist so ein Drecksspiel. Ich hab keinen Bock mehr. Nein, er macht einfach Ace. Er hat halt Ace gemacht, hat aber nicht geschafft zu klatschen. Egal. Ich bin trotzdem freundlich und schreib nice Ace. Ganz normale Lautstärke, Leute. Weißt du, was der Boy hat? Ein bisschen leise könnte man es ansehen, aber es ist halt manchmal verpackt. Ich weiß auch nicht, was es ist. Keine Ahnung. Ich hab innerhalb von 6 Runden schon meine 2. Old. Ganz brutal hier, Alter. Stürmst du endlich? Was geht freundlich aus? Wir switchen rüber und let's rock. Okay. Bereit, Afrim? Okay. Nein. Afrim, können wir mit dieser gefälschte Gelbe zahlen? Ja, wenn es nicht weiter so weg fliegt, dann auf jeden Fall. Oh. Ach, die Folge ist das. Oh nein. Scheiße. Jetzt gibt es hier dann zweimal Bashkim. Oh, scheiße. Na, das wird ernst. Ist das eine Patrone von einem Sniper? Hohoho, hat aber eine riesen Patrone, Alter. Na gut, wenn man die Schwammwelt und die Menschenwelt so betrachtet. Ja, okay. Die Hand zu fassen? Haha, eine Patrone von einem Sniper. Das ist meine große Bleistift, Obedau. Gehst du mir, Bashkim? Gehst du weg, Afrim? Ich bin der erste, ich habe Bleistift zuerst gesehen. Wie funktioniert das überhaupt? Wenn ich einen Bleistift unter Wasser halte, malt der nicht. Das ist ein albanischer Adler. Das ist scheiße. Haha, geil. Haha, sehr gut. Kannst schlechter malen als eine sondere Schüler, Bashkim. Hahahaha, saupala Bamba. Oh, ist er weg zum Leben. Haha, sehr geil. Sogar das funktioniert. Ah, guck mal, wer ist jetzt ein sonder Schüler? Nein, ich schwöre, der fliegt weg. Haha, wir haben einen Stift von Harry Potter gefunden. Ja, das kann Harry Potter stift auf jeden Fall. Hab ich so in jeder Folge erlebt. Filmfolge ist ja, ja, ja. Ich kennst du Spongebob auf albanisch Jury. Nö. Haha, anders nice. I make it up. I'll try by please. Sorry, ich kauf doch. Thanks. Interessant. Ich kenne dich cliché. Ich komme gleich nach oben zu véden lassen. Ich komme gleich wieder. Ich bin in der Kine zu überprüfen. Ich bin sicher. Ich bin in der Kine zu überprüfen. Da bin ich werde. Ich bin ein t towedor. Ich werde jetzt noch einen Tief Epheser. Wo schweigst du jetzt noch wieder in den Item Shop? Ich weiß nicht gerade, als ob es gleich schon 3 Uhr ist, what the fuck? Ja. Und jetzt kriegst du aber schnell mit. Wenn ich spiele, gucke ich nicht auf die Urbassi. Also nicht häufig. Ich merke's, Jeremy. Warum soll ich halt auch auf die Uhr gucken, wenn ich spiele? Das wäre gut. Wie kommt auf die Uhr? Wie kommt auf die Uhr? Jeremy, weiß ich nicht wie ich mich masternend. Wie kommt es jetzt. Ach man, der Sound ist halt manchmal ziemlich verbannt. Nein, ich treff nichts. Mal aufhören. Genau. Ja, so, wie es gerade aussah. Ja, genau. Interpretiert. Interpretiert, ja. So machen wir es. Wenn, ja. Wie gesagt, ich bekomme ja morgen noch Besuch. Ja, das... Und ne Mädel... Alter, wenn der schon so redet, dann heißt das wieder, alter, dass wieder so richtiger Ritt auf mich zukommt, ey. Dann, dann gucken wir zusammen Netflix wahrscheinlich. Vor allem Leute, man muss mal überlegen. Als erstes Race. Ich hab mal mein Headset... Ich hab mein Headset ja noch nicht mal aufs... Ähm... Ich hab mal mein Headset nicht mal aufs höchste gestellt. Ich könnte es noch lauter stellen. Dann ist da aber nur bei dir lauter, Basti. Ja? Dann ist da nur bei dir lauter. Ja, vom Sound her, ja. Ich weiß schon, bleibt doch dann selber. Ja. Wenn du das in dem Headset lauter stellst. Ja, muss man halt einfach Sound lauter stellen. Ich kann jetzt nicht mein Mikrofon auf 100% stellen, in OBS auf 100% hauen. Seit wann gibt es in Veilo fast PC-Buddy-F... Äh, Waffe. Es gibt einfach so'n PC-Buddy-F... Keine Ahnung. Aber... Aber Leute, WeTalk, ich könnte das jetzt alles auf 100% knallen. Und wahrscheinlich wird es dann in den roten Balken reinhauen. Ahn... Mach ich aber nicht, weil sich damals, äh, als ich das mal gemacht hab, die Leute beschwert haben, dass ich zu laut bin. Unter anderem auch Jeremy und Nils. Wieso hab ich mich beschwert? Ähm, wir haben damals beim Discord gechillt wieder zu dritt. Und da hast du gesagt, ja, äh, Basti mach mal deine Mikro... mach dein Mikrofon mal leise und so weiter, weil es zu laut war. Da hatte ich nämlich mal den Mikrofonpegel auf 100% gestellt. Das macht man ja auch nicht. Ja, merk ich was. Deswegen, hab ich gesagt, mach ich das auch nicht. Dann hat der Typ halt wahrscheinlich nicht seine Lautstärke richtig aufgedreht gehabt. Selber schuld. Oder wenn dein Game zu laut ist, musst du den Gaming verleißen. Kann man ja alles umstellen. Ist ja kein Problem. Nehmt mir Film. Nehmt mir Filmfolge, ja. Dann wünsche ich mir eine Bart wie Pablo Escoborre. Oh, na jetzt so. He, 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 keine Probleme, meine Freunde. Ich bin Pablo Escoborre. Ach, schuldig. Und tschüss. Ich war nun so zu vorne. Das sieht aus wie so'n Goomba bei Wisch bestellt, alter. Aber das Geist ist krank. Armer Markus. Oh. Armer Markus. Oh nein. Reise Markus, hebst du auf dieses Geld? Hallo Markus. Das brauche ich jetzt unbedingt. Oh, was ist denn das? Kommt du her? Ist ein Arsch. Ist ein Arsch. Oh. Das war ja fast wie du. Du Kacke, alter. Aha, geil. So'n Arsch, alter. Zeichnet so'n doller Schein auf'n Teppich. Nur um Thaddeus zu verarschen. Was? Ja. Sehr gut. Sehr gut. He, 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 he. Das ist lang. Er klopft an Tür. Markus macht Tür auf. Dieses Klopfen immer, alter. Das ist ein... Das ist ein... Damals dachte ich immer, da klopft jemand an meiner Tür. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Oh. Und jetzt schlägt der Markus kaputt. Jetzt schlägt der Markus kaputt. Hahaha. Ich mach mal die E jetzt aus. Halt doch. Hahaha. Bitte... Kann mir das mal jemand übersetzen? So gut kann ich alphanisch leider nicht. Scheiße. Das gibt bestimmt ans... Dampfen. Diese Scheißendrecke, Mann. Das ist so geil, wie Scheiß die Eile sind. Ach, weibert Bastard. Er sieht aus wie Scheißendreck. Ach, 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 ach. Ach, ach, ach. Diese hässliche Zähne. Und guck seine schwule Kravote. Oh, Junge. Der holt gleich seine Brüder, alter. Ja, aber du siehst aus wie John Travolta. Hahaha. Perfekt. Es gibt nichts rein. Ach, wie John Travolta. Hahaha. Perfekt. Ja, schade. Egal, 9-3. Egal, schade. Egal, schade. Egal, schade. Für halbeil Omi. Hahaha. Hier deine geschenkt. Ja, blabababababa. Schält's grad 9-3 für euch oder für die? Ja, blabababababa. Ich weiß nicht, was die 9-3 ist. Sonst hättest du gesagt 3-9. Ja. Man sagt immer sein Team als Erste. Hohoho, ganz brutal hier, alter. Stürmst du endlich? Hohohoho. Geil. Hohohoho. Oh ja, auf dich bin ich ihm. Das war richtig jörgig. Oh, mach ihr das? Egal, hier geht's ab. Aber die beiden haben nur 7. Nee, das war der Kaioke, Mann. Gehri, ich hab ihn auseinander genommen. Ich schwöre dir. Aber jetzt schlau, ein gleiches Sefer. Gute Nacht, Gehri. Miau. Hey, bleib still, Frank. Schlau für nix. Das ist Borim. Ich habe heute nur Spaß gemacht. Ich schwöre dir. Bitte nicht in mein Gesicht, Borim. Du bist Borim. Ich bin Barschke. Haha, jetzt kanns. Ich habe nur Spaß gemacht, ich schwöre dir. Bitte nix im Gesicht. Nein. Das war geil. Nein, bitte. Wie bei Mario so, erinnert mich das, wenn es sich dreht und... Nee, wenn man fliegt bei Mario World und irgendwas berührt, da ging es ja auch immer so... Wo es so geblitzt hat kurz auch. Man hat nichts verloren. Es wird Zeit für Knockout. Sehr gut. Ja, Mensch. Geil. Ausgenockt. Es ist glücklich. Oh, es war schade. Freunde, das war eine neue Spongebob-Folge. Eine neue Spongebob-Verarsch. Ja. Die war cool. Tschüssig. Immer. Und Freunde, wir haben ein kleines Gewinnspiel vor euch. Und zwar... Freunde, hier sind unsere beiden Instagram. Folgt uns bei Instagram. Und wenn wir beide 10.000 erreichen, verlosen wir an 5 Leute ein T-Shirt aus unserem Merchandise. Warum sollte man denn... Okay, Leute. Ich beende den Stream auch an der Stelle. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Äh, ja. War jetzt wahrscheinlich wieder so ein 7-Stunden-Stream knapper. Und ja, Leute. Vielleicht streame ich heute Abend auch mal. Je nachdem. Müssen wir mal gucken. Äh, je nachdem wie es halt von der Zeit her reicht. Ob ich Zeit habe oder nicht. Das gucke ich aber noch separat. Ansonsten drehe ich noch Videos vor, wenn es geht. Und dann würde ich sagen, letzte Chance noch einen Follower zu drücken. Und dann würde ich sagen, euch noch allen einen wunderschönen Samstag, Leute. Und vielleicht bis heute Abend. Bye, bye.